Ich hab echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Dann müssen wir den Termin halt verschieben. Ich hab diese Woche keine Zeit mehr. Das ist mir egal, ob die da nicht können. Die können sich auch einmal nach mir richten. Ist dein Ernst? Du musst immer noch arbeiten. Ich muss das ja noch fertig machen. Klar, ist ja wie immer. Es ist ein Ernst von Sgt. Und wir haben jetzt einen Ernst von Sgt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020